Markus Schopp hat ja auch einst in Deutschland gespielt, beim Hamburger SV, dem es derzeit ähnlich geht wie St. Pölten. Welchen Stellenwert hat aus Ihrer Sicht dieser Sieg der Salzburger für den gesamten österreichischen Klubfußball? Ja, einen enormen Stellenwert, nämlich aufgrund der Tatsache, wie er passiert. Das ist jetzt dann kein Zufall, da ist extrem viel in den letzten Jahren passiert. Das auch in den letzten Jahren nach außen hin schon spürbar war. Aber mit diesem Erfolg jetzt dann gegen Dortmund, beim großen Nachbarn, der in vielen Bereichen uns überlegen ist, so eine tolle Leistung zu bringen und das Fundament dafür zu schaffen, dass man vielleicht wirklich ins Viertelfinale aufsteckt, ist eine ganz tolle und beachtliche Leistung.